Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter Game. So, heute müssen wir mal gucken, wie er geht raus. Dafür nehmen wir Knabry mit. Dann kriegt er heute eine Pause. Dann kriegt er... Er ist wieder fit, Leute. Das ist mal gut. Wir nehmen wir mit. Wir nehmen wir für Pappelwitz. Dann ist es Tennis. Olysee wird eine Pause kriegen für heute. Aber erst nur für die erste Hälfte. Die erste Hälfte spielt er ja noch. Die erste Hälfte und dann schon noch. Hoffentlich ist heute ein besseres Wetter. Siedmutter, oh es regnet. Schon wieder. Was ist denn das, Leute? Weil die ersten vier Spiele waren gut. Und hier ist immer wieder Regenwetter. Alle ist immer schon wieder Regenwetter. Und hier ist immer wieder Regenwetter. Wo oben da oben in den Dachstund und da oben in den Dachstund? Ja. Und hier ist es schon wieder an. Mit der Dachstund bis zum Slay oder ein Und wenn sie sich in der Dachstund oder ein und dann gehen. Oh ja. Also sehen wir noch mehr Regenwetter, was hier liegt nicht mehr Sebastien. Und hier ist für heute? Oh ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nummer vier Spielkarte, vier Spiele. Ja, das ist immer schönes Wetterkarte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 4 0 spiel entschieden bayern ist in der nächsten runde nun ist wieder gewechselt wirchen wir heiste die kamera peste team im bischen geändert ich glaube ich bin weiter weiter weg von den ersten vier spiel komisch Ich hatte jemanden... Komisch... Gucken wir mal danach, Leute. Nach dem Spieltag gucken wir dann noch... Das Spiel haben wir eh nur noch... Schalke kommt weiter... Junge, das schauen wir dann mal an. Ja, das war gut. Ich kriege jetzt nicht mehr. Ich erwähnte, wenn ich mich nicht mehr damit... Ich kenne, ich kann das auf jeden Fall nicht mehr... Aber ich muss mich nicht mehr auf sein... Ich kann mich nicht mehr auf... Ich meine, das ist eine sehr, sehr, sehr... Ja. Ja und jetzt holen wir wirklich sieben 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 holen wir uns heute den siebten Sieg Das wäre halt abnormal sie immer nur dritter neuner Und jetzt schauen wir mal analysieren die Teams wer spielt Union hat sich aber ein bisschen nicht so stark gemacht in den letzten Spielen Ach bitte. Abge... vor... vor... ah training... ah training... ne das hätte ich mal Ok neuer Forscher was war... Moment ich bin Geld gewonnen Jetzt ach gut dann Scoutingberichte immer von England Schauen wir mal... dann holen wir vielleicht im Sommer oder im Winter Da ist ein neuer abgewählt... ok 5 Tage fehlt er noch ein bisschen mal in Krieg Wer ist denn... Ich weiß nicht... ich weiß nicht... Wer hat denn... Ok bin Schad... Oh, Jugendsgal, können wir auch mal gucken. Schauen wir mal in der Innenverteidigung. Dann könnten wir aber schlechten. Na genau, na gut. Potenzial, ja, dann könnte man es auch nicht. Dann machen wir auch nicht. Dann könnten wir verpflichten. Dann schauen wir mal da. Okay, dann könnten wir verpflichten. Dann können wir verpflichten. Dann nicht. Und dann auch nicht. Ich meine eh zu viele. Okay, Leute. Aber ich würde noch eine E-Mail. Okay. Oh, okay. Wir sind jetzt auch ein bisschen hochgegangen. Okay. So, Leute. Jetzt werden die Ziele geschafft, Leute. Okay, Leute. Und dann machen wir mal für heute Feierabend. Tschüss. Bis dann. Und PG bis dem... ochוךschl lys Sch可愛ig. delivers Freung. Der. trefer der Schuh Mai.